Ich hab was ich brauche. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blumen? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blumengegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enthärmt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blumen an. Hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit und ich kann ihm eine bieten. Wo? Was? Ist doch das wieder klar? Wirdier, blöken. Es ist ein Abtauchen. Was ist ein Abtauchen? Wirdier, blöken. Dämp觉得 ist, wenn du dich da im Saal? Was ist der Abtauchen? Du? Hallo, Vater. Ich hab grad mit Nicky geredet. Freches Mädchen. Pass sie an und ich brech dir das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sag dir, ich frage nach. Ich hab jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz ohr. Er heißt Raymond Kenney, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Porni. Ich fahre gerade hin. Das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenney ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warme dich. Find einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen. Also halte ich raus. Lass mich machen. Damien klang besorgt. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt dafür ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenney ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Niki in Sicherheit. Ich bin sicher. Das war's für heute. 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 Passt auf! Seht euch gründlich um und seid vorsichtig. Alles sauber. Geht da lang. Hier ist nichts. Ich rufe anders weiter. Ich hab hier nichts. Gehen nach Kaffe. Hier ist nichts. Weiter geht's. ich gehe weiter ich sehe nichts ich guck mal woanders nach das kann nicht sein hat das teil denn keine sicherheitsschaltung oder so ich hab hier nichts ich geh nach da drüben ich wechsle die ein hier ist nichts zu sehen ich gehe weiter hier ist nichts zu sehen ich gehe weiter hier ist nichts zu sehen ich gehe weiter ich hab hier nichts ich gehe da rüber hier ist alles sauber woanders hier ist nichts ich guck da drüben hier ist niemand ich gehe weiter ich gehe da hier 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 Halt die Aufrunde. Vielen Dank. 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 Hey, warten Sie nicht länger. Holen Sie sich noch heute Ihre Schutzimpfung. Oh, baby. Du siehst du siehst so geil aus in dem Kleid und die Abtreibung tut mir leid. Okay, okay. Okay, so viel dazu. Nun zurück. Zu dir, Kenny. Woah. Ok. Yeah. Yeah. Das wird bestimmt irgendwem auffallen, ist nur eine Frage der Zeit. Der Typ hat wirklich keinen Schimmer, oder? Ich werde dem Bastard keine Tränen nachweinen, wenn er weggeht.